Servus! Servus und moin moin! Hi, hier ist der Tom. Schön habt ihr es hier. Super, ich hab's gleich gefunden. Hi Tom. Wann war denn das erste Mal, dass ihr mit einem Camper unterwegs gewesen seid? Wir sind von der Mongolei aus weiter nach Australien geflogen. Er ist noch da! Wir haben auch schon mal gesehen, so eine Schaukel, wo man hier sitzen kann. Ja, und den habt ihr selbst ausgebaut, komplett. Genau. Das ist richtig, ja. Anmachen! Und unser erstes Highlight ist gleich da hinten der Küchenauszug. Der hat zwei Flammen, das ist ein Spirituskocher. Ja, mein absolutes Highlight ist eigentlich die ganze Elektrik an Bord. Da habe ich mich ziemlich reingefupst. Tatsächlich 230 Volt aus dem Akku. Ja, auf dem Akku, geschweißt durch Solar. Oh, ja! Der hat mich soкаakt man Verschlägebet an oder sie manipulated multiplied. Ich unglaublich stärker. Der kann mich so